Hallo, herzlich willkommen bei Spiel mit mir. Ich habe hier heute einen Experimentierkasten von Kosmos. Damit kann man Fingerabdrücke untersuchen, also richtige Detektiv-Experimente machen. Geeignet ist das Ganze für Kinder ab 8 Jahren und damit kann man Spuren sichern, Täter überführen und Fingerabdrücke unter die Lupe nehmen. Ich bin schon sehr gespannt. Ich werde jetzt auch gleich mal reinschauen. Mit dabei sind Fingerabdruck, Karteikarten, eine Lupe, ein Blasebalg, Fingerabdruckpulver, transparente Aufkleber und ein Stempelkissen. Möchtest du wissen, wie machst du Fingerabdrücke sichtbar? Welche verschiedenen Arten von Fingerrillen gibt es? Wie kannst du einzelne Abdrücke voneinander unterscheiden? Also viele Informationen und für interessierte kleine Detektive ist es wirklich was ganz Spannendes. Ich werde es jetzt einfach mal aufmachen. Eine farbige Anleitung ist auch mit dabei und dann schaue ich mir mal an, was alles mit dabei ist. Ich habe jetzt alles ausgepackt. Hier als erstes fällt mir die Lupe auf. Damit kann man eben irgendwo die Fingerabdrücke suchen. Zum Beispiel an so einer Flasche kann man dann ein bisschen schauen, ob man da irgendwo einen Fingerabdruck entdeckt oder auf dem Tisch oder vielleicht auch an Türklinken oder an Gläsern. Also da gibt es wirklich viele Möglichkeiten. Da kann man überall suchen, bis man einen Fingerabdruck entdeckt hat. Und dann kann man da Fingerabdruckpulver drauf machen. Das ist das hier. Das ist Grafittpulver. Soll man nicht einnehmen und nicht verschlucken. Einfach so ein schwarzes Pulver ist das. Ich habe es hier gerade verrieben. Wenn man da wirklich einen Fingerabdruck findet und da verreibt man dieses Pulver, dann ist der Fingerabdruck weg. Deswegen muss man da dieses Pulver einfach so wegpusten. Dafür ist so ein kleiner Blasebalg mit dabei. Noch eine Methode ist natürlich einfach einen Fingerabdruck, also einen Finger in ein Stempelkissen zu machen und einen Fingerabdruck irgendwo drauf zu drücken. Wenn man nicht direkt den Fingerabdruck sucht, sondern man hat vielleicht schon den Täter gefunden oder möchte Fingerabdrücke vergleichen. Und da kann man dann das super gut mit machen. Und dafür, ach nee, das ist für die, die man gefunden hat, so eine Karteikarte. Da kann man, wie ich gerade schon gesagt habe, erst den Fingerabdruck suchen, dann das Pulver drauf machen, die Reste von dem Pulver wegpusten. Und dann so ein Klebeetikett drauf machen. Und dann hat man den Fingerabdruck auf dem Klebeetikett. Und dieses kann man dann hier drauf aufkleben und den Fundort, die Uhrzeit und noch besondere Kennzeichen und so aufschreiben. Da sind hier im Set eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Bögen. Dann sind hier nochmal, es werden auch zehn Bögen sein. Und da kann man sich so eine Kartei anlegen. Fingerabdrücke durchrollen, also hier den Daumen, Zeigefinger, Mittelfinger, Ringfinger, kleiner Finger. Und hier kann man die drauf drücken. Hier abrollen und hier drauf drücken. Besondere Kennzeichen aufschreiben. Art der Abdrücke. Dafür gibt es hier noch dieses kleine Heftchen. Da steht noch ein bisschen was dazu drin, was es so für verschiedene Abdrücke gibt. Name, Alter. Auch bekannt als, natürlich wenn man hier auf der Suche nach einem, als Detektiv nach irgendeinem Verbrecher ist, sage ich jetzt mal. Dann hat man vielleicht nur den Spitznamen. Uhrzeit, Name, linke Hand, rechte Hand. Und hier in diesem Heft, da ist das wirklich dann alles sehr schön erklärt mit farbigen Abbildungen. Wie man das Ganze macht, ist das, was ich eben schon gesagt habe. Erst den Fingerabdruck identifizieren, dann Pulver drauf machen, restliches Pulver wegpusten, mit dem Sticker das Ganze aufsammeln. Und dann auf diese Kartei kleben. Diese Fingerabdruckkartei kann man sich dann eben anlegen. Und hier unten, was ist die Henry-Kategorisierung? Da sieht man nämlich jetzt die verschiedenen Arten von Fingerabdrücken. Was es so für verschiedene Fingerabdrücke gibt. Hier sind noch weitere Informationen über Fingerabdrücke. Also wirklich ein spannendes Set. Ich werde das auch mal in einem meiner nächsten Videos ausprobieren, dass ich so einen Fingerabdruck mir suche und mit dem Fingerabdruck Pulver sichtbar mache. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr sowas findet, ob ihr auch kleine Detektive seid, ob euch sowas Spaß macht, ob ihr das vielleicht schon mal irgendwann ausprobiert habt. Einfach alles unten in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefällt, gebt mir einen Daumen nach oben. Schaut doch mal in anderen Videos. Ich habe ja schon einige Experimentierkasten-Versuche gezeigt, verschiedene Experimentierkästen hier vorgestellt. Wenn ihr daran interessiert seid, einfach reinschauen. Und sonst haben wir immer viel Spielzeug hier auf unserem Kanal. Immer wieder neue Trends. Und wenn ihr unseren Kanal abonniert, seid ihr immer mit dabei. Immer auf dem Laufenden. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss! Tresst. 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 Tresst.